hallo was geht ab heute mit dem update zum zweiten account habe ich schon ein paar leute danach gefragt ich werde dir jetzt paar screenshots einblenden von sachen über die ich rede weil der hat ja kein stream decoder übrigens auch gestern die 5000 abos geknackt echt krass dank für alle die mich abonnieren und zuschauen und unterstützen das ging echt schnell also das geht allgemein die ganze zeit echt schnell also also es geht allgemein die ganze zeit echt schnell zwei drei vier tausend 5000 jetzt jedes mal so schnell dass ich eigentlich gar nichts vorbereiten kann als ein großartiges special oder so auch jetzt 5000 abo special müsste kommen aber ich habe echt noch gar nichts überlegt weil von nicht mal einem monat da haben wir die 4000 geknackt also das geht echt so schnell echt eine menge los aber auf jeden fall fettes danke ihr seid echt alle super saftig checken wir mal den account das jetzt level 17 im moment screenshot das ist level 17 ich habe von ein paar von euch gehört die haben zeitgleich mit mir den zweiten account gestartet die wollen kleines battle kleines dual aber den werde ich echt nicht so hart leveln und das sieht man auch daran wie weit er jetzt ist hier spricht nur nebenbei spricht die die mich herausfordern wollen und ihren zweiten account zeitgleich gestartet haben ihr seid schon viel viel weiter als ich also lasst es mit dem echt langsam angehen und das zeigt auch eigentlich wieder wie wenig ich eigentlich im alltag normal spiele ich mache halt echt nur die mützen jahren am tag und ein red nicht mal das habe ich geschafft also bei dem habe ich einen tag vergessen zu machen aber aber darüber gehen wir gleich noch wenn ich euch mehr zu den rechts auf dem er kommt sage erzähle steht momentan in einer arena schon über einen tag mit einem flammager den habe ich aus einem welt bekommen wenn die arena bis später nicht fällt muss ich die mit kicken damit der sagen seine münze kommt dann hier ein paar medaillen einzige silbermedaille oben ist verteidigen 146 ansonsten alles ansonsten bronzer oder sogar vanilla noch sogar ein picacho bisher gefangen aber nicht der mit der mütze den habe ich schon davor gefangen und das traurige ist die astrainer medaille wird angezeigt ich habe dieser kommt glaube ich angefangen ja ich habe den auf jeden fall angefangen nachdem trainieren abgeschafft wurde und die wird hat trotzdem angezeigt entwickeln auch 0 wird hier angezeigt obwohl medaillen dachte ich eigentlich erst kommen wenn man mindestens eins hat zum beispiel hier ein picacho davor war die glaube ich nicht da aber zum beispiel kapador xl kapador ist hier noch nicht oder die kognito sind beide noch nicht da weil ich noch keinen habe dementsprechend gar nicht erst zu sehen aber hierbei trainieren wird die angezeigt obwohl ich nur hab und kapital oder so zum beispiel halt nicht ich dachte wenigstens wird hier gar nicht angezeigt aber so sieht man direkt 0 von 10 für alle die jetzt anfangen das bisschen ärgerlich ansonsten hier weiter unten die typen hat eigentlich glaube ich jeder voll ich habe die kontrolle falls sie das noch nicht voll auf ihr allgemeiner kommt natürlich und falls ja was euch noch fehlt screenshot ep 142.177 ist jetzt echt nicht viel das sind eigentlich so drei tage spielen normalerweise nicht mal also zweieinhalb sogar nur und das ist jetzt von der woche oder so sogar mehr oder woher eine woche also ich lasse es echt gut mit dem angehen da hätte ich eigentlich schon viel viel mehr machen können selbst um nebenbei so wenig wenig spielen mich hat gründen hätte ich auch bei weitem mehr als 142.000 machen können pokédex 53 pokémon 105 gesehen nichts besonderes was soll ich euch da zeigen dass butter zwei von zwei weiter bei der weiblich shop ich habe 366 münzen mit ihm das heißt heute habe ich die 16 bekommen könnten auch 34 bekommen jeden tag 50 münzen gemacht muss sagen es geht auf jeden fall viel leichter mit dem alten system hätte der bei weitem nicht so viel also 50 am tag das ist für neue spieler auf jeden fall sage ich mal besser nicht besser aber leichter das system um an münzen anzukommen und das glaube ich auch was neidik vorhatte die kärchen spielern aushelfen so war die pokémon natürlich taub sie zum leveln ansonsten wenn ich vielleicht ein platini fange dann laufe ich mit platini rum das wird aber bringt sich weil die kann man ehrenwärts fangen gelag so genauso und pushen habe ich eigentlich auch erstmal nicht vor möglicherweise sogar gar nicht 15,6 kilometer gesamt das sind glaube ich auch alle kilometer die ich überhaupt gegangen bin oder 16 kilometer gesamt gegangen also fast von anfang an topsy ansonsten das kann ich euch noch zeigen da erstmal nichts items ist vielleicht interessant was ich bisher alles so bekommen habe seitdem ich level 17 bin also drei glückseier 9 mal 19 sonderbonbons aus den raids drei lab module paar goldene himibären aber da habe ich schon welche verwendet also inkubatoren aber hier kann man nicht sehen wie viele ein kingstruck und ein upgrade einmal halt durch den sieben tages bonus und jetzt kommen wir zu den pokémon natürlich für euch mal nach cp angeordnet zwei despoter das komische und die haben das immer noch nicht geändert also vielleicht ist das absicht am anfang dachte man das wäre ein bug und die würden das also neidik würde das relativ schnell beheben aber great pokémon sind immer level 20 auch für leute unter level 20 dem entspricht hat er jetzt drei top pokémon 4 wenn man das flamara mit zählt was man schon machen könnte vier pokémon die bei weitem höher sind als sein level und hat sich mit dem main account level 20 war hatte ich auf jeden fall nicht so klasse pokémon so zwei despoter 20 candies 2076 wp bis stone edge also steinkante und bis knirscher 2064 eingelack so eingelackst ist mir entkommen das war der abend wo ich erschreckt wurde und sein hat was haben wir zusammen machen wir noch durch ein flamaga der steht immer noch in der arena fire spin overheat und stern staub 52.000 sagen wir 53.000 aufgerundet auch recht möglich eigentlich und 6 trades habe ich gemacht eines wegen entflogen und ein kappel was glaube ich ein kappel rate habe ich mit ihm gemacht kann das sein und wie gesagt eine welt habe ich total verpennt also die woche habe ich wenig gespielt und und man kann ja ein welt sich aufheben indem man wenn man heute gespielt kann man am nächsten tag zwei machen und da hatte ich mal an einem tag nicht mit dem gespielt dann wollte ich am nächsten tag zwei machen aber aus voll verplant und nur eingemacht und dann habe ich hier leider ein welt verpasst aber halb so wild und die red bringen sogar sehr viele ep also 3000 ps sollte man nicht unterschätzen also dadurch ist er schon mal ein zwei level gesprungen das sollte man echt nicht unterschätzen so das war es eigentlich mal schauen ob demnächst ein bisschen mehr mit dem gelevelt wird morgen ist auf jeden fall und du platz angesagt da schaue ich auf jeden fall vorbei werde den auch mitbringen mal schauen wie viel ich mit dem leveln werde und mal schauen ob das event noch eine überraschung bringt man da ein bisschen mehr leveln wird ein bisschen mehr spielen wird wenn ja dann ist er auch auf jeden fall am start aber das war's wie immer leitungsabkommen kommentieren ich habe dann in die kommen tage wie weit ihr mit eurem zweiten account seid weil ich habe echt gehört viele haben jetzt auch einen zweiten account gestartet und schreibt auch rein was ich mit dem hier anstellen soll und leidet nicht wenn ich mit dem hier euren main account überhole auch wenn das aber nicht so schnell passieren wird aber ansonsten wie immer leiten subscribe kommentieren checkt die andere wie es ab folgt mir auf instagram und facebook vergesse ich pokémon ist hier das business